Und den zweiten? Ja, den dann wohl nicht. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ah, ich werde mir schon eine Strategie überlegen. Big Man 2! Schon zum zweiten Mal heute für mich. Mal gucken, ob es noch irgendeine Folge gibt von 15 Minuten, wo ich nicht einmal draufgehe. Pokémon! Oh, massig Freunde auf dem Nintendo-Zeichen. Naja, beim zweiten Mal geht das besser. Spielbeginn. Und wieder eine schöne neue Farbe. Ja, hellgrün. Nicht schlecht. Zapp Level 10. Ja, 10. Und das sind nicht mal richtige Bosse. Guh, guh, okay, ich seh ihn, ich seh ihn. Ähm, nein, okay, ich brauche ihn nicht töten. Gut. So, nehmen wir die weißen. Und von mir aus auch die Punktkäfer und... So. Sehr gut. Okay. Hm, kann ich meine Püten hier lassen? Ja, ich denke mal schon. Nehmen wir die Punktkäfer. Der eine Lilane bleibt jetzt mal noch hier. Obwohl... Ja, kriege ich den so? Ja. Sehr gut. Und da... Oh, haben wir. Nein, nicht aggro werden. Komm zurück, komm zurück. Noch mehr Kiefer? Äh, ne, das sind Spinnen. Auch mehr Spinnen. Okay, das sind unglaubliche Nektar-Lieferanten, aber... Ob ich das jetzt brauche, ich weiß nicht. Naja. Okay, dann. Agro-Pigmen und los. Kommt richtig um. Und drauf da. Alle aufs Gesicht. Alle drauf da. Wow, der kriegt langsam Schaden. Okay. Nochmal. Genau das Gleiche. Alle drauf da. Schön Headbang. Headbangt ihn zu Tode. Und... Nochmal. Okay, er will schon fressen. Aber er ist... Bei einem Viertel. Los! Macht's! Bringt ihn um! Oh, und ich krieg gleich ein bisschen Nektar wieder zurück. Das ist schön. Das ist richtig schön. So, dann brauche ich aber... Also ein bisschen Spray. Brauche ich aber Olimar. Verdoppeln wir den ganzen Spaß doch gleich. Gut, was hatte er gefressen? Hm? Was? Was ist denn? Nintendo-Block? Begehrter Gereisestein. Was zur Hölle? Sehr interessant. Okay. Olimar bleibt hier stehen. Oh. Zu spät. Nein. Dann machen wir es anders. Ich bleibe es hier stehen. Und jetzt. Okay. Sehr gut. So, dann nehmen wir noch alle Pikmin mit. Kommt, alle meine Freunde. Ist so viel Nektar. Wahrscheinlich für jedes Blatt Pikmin einer. Okay, das reicht. Ne, das braucht ihr alles nicht mitnehmen. Das bringt mir nichts. So, dann schauen wir noch, ob hier nicht irgendwo was ist. Ich wäre nicht rumgelaufen sein, ohne zu gucken. Aber ich denke mal nicht. Nö. Okay. Puh. Level 10. Auch geschafft. Wahnsinn. Wahnsinn, wie viele Boss hier unten rumlungern. Das wird garantiert nicht der letzte gewesen sein. Oh. Der Endboss. Der wird garantiert heftig. Oh. Da freue ich mich nicht. Hm? Bei mir wird scharf geschossen? Ne. Wah. Wah. Hä. Oh nö. Äh. Toll. Super. Das hatten wir doch schon mal. Okay. Dann gucken wir mal, wie machen wir das. Hier hinten kann sie uns nichts, aber wir können die glaube ich auch nichts. Und ich denke, oh, ich denke nicht, dass das Pro-Loch doch nicht so angeregt war. Okay. Na dann. Dann würde ich sagen, bleiben wir doch hier. Ah, das ist aber echt nervig mit den Viechern, ey. Kann ich mal aufhören, hier was auszuspucken? Na gut, was machen wir da? Nein, das wird es nicht. Okay, Agro-Pigmin. Agro-Pigmin. Nein, nein, nein. Raus, 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 raus. Die rollt. Aus. Na, komm schon wieder in die Mitte. Nein. Komm schon. Jetzt aber. Angriff. Nein, nicht schon wieder. Oh, sie rollt. Und sie rollen wieder. Okay, komm wieder in die Mitte. Komm wieder in die Mitte. Ich will das mal ausnutzen. Solange es irgendetwas geht. Schade. Ja, ja, ja. Und wieder zurück. Bring die Käfer um. Ja. Okay. Ob ich sie auch hier hinten einfrieren kann? Also, versteinern kann? Nein. Gut. War ein Versuch wert. Komm mal hin. Angriff. Zurück. Wow, wow, wow. Da hinten habt ihr überhaupt nichts zu suchen. Gut. Solange sie rollt, bin ich immer kurz in Sicherheit. Naja. Boah, wir werden hier nur von Bossen bombardiert. Das ist Wahnsinn. Nein, nein, nein. Da hinten habt ihr immer noch nichts verloren. Was denkt ihr euch überhaupt? Böse Pigmen. Okay. Einmal noch. So. Komm schon. Ja. Geschafft. Boah. Es ist besiegt. Es ist tot. Wahnsinn. Und ich stehe da mit 69 Pigmen und hoffe, dass das genug ist, um weiter nach unten zu kommen. Und um den Boss zu besiegen. Na, was ist das? Na, was ist das? Noch ein Nintendo Block. Das sind anscheinend die Knöpfe. Die Lieblingskreisestein. Der blaue. Hü, hui, 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 hui. Boah. Aber das ist hier schon fast wie eine Challenge. Besiege jeden Boss des Spiels nochmal. Könnte fast so sein, oder? So, ich habe ein Blatt gesehen. Da. Zack. Wenigstens Blumenpigmen möchte ich doch gerne haben. Und weiter runter. Sub-Level 12. Könnte das schon das letzte sein? Ich weiß es nicht. Nö, sieht eigentlich nicht so aus. Oder, oh nein. Nein, ich will nicht nochmal das mit den Raketen machen. Oh nein. Bitte nicht. Oh nein, schöne Musik. Ruhige Musik. Ein Ort zum Ausruhen. Och, wie schön. Dass ich das noch erleben darf. Oh. Hier haben wir eine Königsblume. Gut. Und, okay. Hey, hey. Die Käfer. Gut, hier nehme ich aber Weiße. Damit mich der eine Käfer nicht zum Narren hält. Der Goldene hat einen Schatz dabei, wie immer. Na, könnt ihr euch mal entscheiden, wer den Schatz nur nach Hause bringt? Hm. Erstmal keiner. So. Die Weißen hat mich mit. Ich will doch den Nektar haben. Komm, du bist doch noch hier. Komm raus, komm raus. Wo immer du bist. Hm. Na gut. Ja, ich weiß, dass Oli mal wenig Leben hat. Das ist nicht schlimm. Hm. Hm. Okay. Jetzt hat er sich woanders versteckt. Vielleicht am Anfang. Ja. Das war ja klar. Nein, das ist noch ein dritter. Ein dritter. Okay. Der, den du blockst. Der Grüne. Der verlorener Kreiselstall. Das ist keiner von den Doofen. Nein, nein, nein. Draufwerfen, draufwerfen, draufwerfen. Ich muss doch treffen. Okay.